Der Terroranschlag vom Breitscheidplatz war einer der schlimmsten Terroranschläge in der Geschichte unseres Landes. Im Interesse lückenloser Aufklärung, auch im Interesse der richtigen Weichenstellungen für die Zukunft, damit unsere behördlichen Strukturen optimiert werden können, haben wir bereits Ende der letzten Legislaturperiode die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses angeboten. Das war aus Zeitgründen damals nicht möglich. Uns ist es aber wichtig, diese lückenlose Aufklärung jetzt in der neuen Wahlperiode durch einen Untersuchungsausschuss herbeizuführen.